Oh, da kann man sich gar nicht drucken drin Ah, strange flower box bei dir, ja... Ja, gegen den Tisch Ich bin Mr. Gay Man Ich will die Rüstung haben, die wolltest du ja gar nicht haben Obwohl, die sehen gar nicht hübsch aus Die ist richtig gay Nee, aber das ist ja auch für die Herren, vielleicht sehen die bei Weiber anders aus Die Rüstung sieht ja auch so anders aus Immer Ich bin eine Blume Äh, das haben wir schon geklärt, das bist du nicht Aber ich bin grün Ha, man sieht da die Brüste Ja Oh Gott, ja Vor allem weil... Pixel-Titten Ist ja nicht so Als wenn, ne? Das stimmt Das ist so die einzige Rasse, ne? Weil die einfach nie überdeckt ist, weil da eigentlich nichts ist Eben Willst du die Schulterpasse behalten? Mhm Ja, okay, weil nur mit dem Oberteil kann ich so nichts anfangen Aber ich hab ne Kiste dafür, oder willst du das Oberteil haben? Nö Ich weiß nicht, irgendeine Kiste Ich hab dir auch ne Hose hingeschmissen Ja, die Hose hab ich nicht mehr, ach doch, die ist da oben Das ist im Blumentopf Was? Das ist im Blumentopf Ja Das ist im Blumentopf, oder? Aber sieht bei mir eigentlich gar nicht so schlecht aus, witzigerweise Ein Blumentopf, oder? Okay, nehmen wir das Wetter weg Ich seh nix Nope Markus Auch gut Ein Halper Ich hab übrigens noch zwei von den Sackkarren, wenn jemand haben will Oh, man kann hier doch raus platzieren Ja Danke Sackkarren? Nö, brauch ich nicht, danke Und hier war cool Aber was ich einbauen werde in mein Haus auf jeden Fall Hm? Moment Wäre es das? Die Chest da oben ist cool Ja, das ist die, die Dingschest Hm Ha, der zieht sich aus Sieht mal mein Vogel Hä? Achso Ja, nur Angst vor dem Schlafen ist ja auch für eckige Leute 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 Hm? Die, ähm, Abflusstüren Die Abflusstüren, sie sind richtig geil, weil die einfach zwei dick sind Ja Und so richtig gut zum Ambiente passen, das ich hier drin hab So Folterkammer-Style, hm? Übrigens, du wolltest noch eine Schifftür haben, Simon, oder? Ja Hab eine, in grün und blau Aha Ja, hier, da Was, wie, was, wo, hä? Moment, ich hab hier die falsche Tasten und so Danke Bäu die mal ein, bei dir Kann ich mal sehen, wie das aussieht Äh, und runter, und... Komm her So, Schiffstür, Schiffstür, wo sind hier gelandet? Oh, dann ist es wieder weg Ja Nix passiert Ich hab jetzt ein Kutsel Ich hab jetzt ein Kutsel Ah, das, das kann man zum Kochen benutzen Äh? Ah, Moment Voll geil, ja, dieser Barrel Naja Und ich hatte noch Fleisch im Campfeuer Bies Lagerfeuer Sau cool Wo hatte ich die Türen jetzt hingepackt? Äh... So Erinnerung, Erinnerung, ich sehe nichts Toll Hör aus wie so ein eigenes, wie so ein kleines brennendes Bäumchen, was so das Schiff steuert Moment Ja Ich möchte aufgucken Dann guck, ich ändere ja nichts Hm Ist man hübsch, ne? Ja Ach, willst du noch irgendwie den Floral Fountain Blueprint haben? Äh, ja Ja Gerne? Ja, Simon ist gerade hier, da Danke Achja, und ich muss natürlich diese coolen Kisten hier noch irgendwo hin platzieren Ss Loll Wenn man diesen Status-Port aufsammelt, regeneriert er sich wieder automatisch Ja Da, friss Ah, cool Welchen Roombat haben wir? Ich hab eben noch gefragt, ob das wer will, du hast Nein gesagt Ich wusste nicht, dass das ein Blueprint ist Achso Ja Das ist übrigens auch noch mal für die Konsole und für Lampen Halt ent... äther Kannst du dich doch selber nutzen, oder hast du dich schon zweimal? Ne, ne, hab ich nicht, aber Sonny ist nicht so toll, passt bei mir vom Stil her nicht rein Na, egal Wollen wir nicht die beiden Kisten jetzt wegmachen, weil das die Kisten mit Grünzeug sind Und jetzt Ach nein Die beiden Kisten, die vier Grünzeug passen Ja So grün irgendwie Ja, ich mein, hey, was soll man sagen Mhm Tutier das auch nicht, also einfach nur alles Essen und Grünzeug ist in diesen beiden Kisten drin Jo So, unser Haus Lass mal Fundament legen Kommt ihr? Irgendwann mal, demnächst, bald Wie, du bist schon beim Haus? Ja Wo kann man da ein Home setzen? Ja Kann man nicht Nicht Aber ich bin bei Corbys Schiff gewesen und dann da runter Ich Weil du ihn nicht klar ausdrückst Ich war vor einer Da kannst du nicht auch schon unten gewesen sein? Oder vor zwei Ne, das war ein anderer Planet Kann sein Kann sein, ist auch so Ne Ja Also Kisten hab ich genug zum Donieren gleich Das ist gut Wollen wir gleich mal alle mitnehmen schon? Hm, Corbys Dorn Ja Ich Wollte jetzt eigentlich erstmal das Haus selbst haben, bevor wir uns gegen die Kisten kümmern Ja Okay Warum kam die letzte Silber noch nicht raus? Ich verstehe es nicht Bevor wir uns gegen die Kisten kümmern Ah, ich verstehe, die drehen sich in andere Richtungen Siehst du das? Ja Die meisten drehen sich Oder ne, die drehen sich in die Richtung, in die du sie platziert hast Worum geht's? Sicher? Ja, wenn du dich links... Baume einen ab und lauf mal einen Ticken links während du sie platziert und einen Ticken nach rechts Das ist nämlich richtig gut, die sind in der Richtung, wo du hinguckst, je nachdem So, wenn du jetzt eine Stimme vorwärtsläufst Na ne, ich will die alle platzieren Da Asynchron Ne, guck her Asynchron Aber der dreht sich in eine andere Richtung Ja, wo du vorwärts gelaufen bist, wahrscheinlich Ne eben nicht, ich hab nach rechts geguckt Die stacken noch aufeinander, oder nicht? Was? Und wenn sie aufeinander stacken, dann können die nicht unterschiedlich sein Was war das für ein Argument? Was meinst du mit stacken, die Effekte? Nein Die Kapseln in deinem Inventar Ja Ja, also wenn sie stacken, dann können nicht gute und schlechte Kapseln dabei sein Natürlich, wenn du den Effekt aktivierst, das ist ja was komplett anderes Der Effekt ist doch auch immer verschieden, oder? Eben Ja, genau deswegen, random Und der kann gut oder schlecht sein Test's mal Nö Dann teste ich's halt Diese dreht sich nach links Die drehen sich alle nach links Die beiden, die hier rumstehen, drehen sich nach links Alter Wie wir aussehen Wie so'n Monster Ihr seid Monster Guck mal, wie das aussehen Voll episch, irgendwie Du bist einfach ne Ferry Ne Ferry Ich bin die Waldfee Ne, du bist ne Fähre Wo ist der zweite Lichtständer, der hier stand? Hoch Dir runtergeholfen Ich wollte aber hoch Weil ich nämlich mich von da oben teleportieren kann Nein Das geht nicht an Du bouncst hier unten jetzt rum Nein, ich teleportier mich jetzt Oh Was Was willst du für dich zuhause? Ah, der hat den Status-Bot aufgesammelt Moment Ja Ja, die Taste So So, wir rum teleportieren Ja Markus Hör das ganze Rote an Das bleibt stecken Mhm Ja Ja Wir haben euch fast deine normalen Bricks als Boden, oder? Warum ist die Fackel aus? Moment Ja Kann man ausmachen, einzeln Ja Ja Bricks als Boden Ähm, die Heavystone Bricks, oder was? Ne, die normalen Bricks aus Kleine Achso Na, bin ich kein Freund von Aber ich kenn immer die Heavystone Bricks alle, im Moment Und wo hab ich denn meine hin? Ja Ja, wenn du dich einfach vor mich stellen würdest Könnt ich hier auch da hinwerfen Ja, 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 ich... Momental so, jetzt hier Okay Ähm Boah, jetzt ist da oben ein Loch in... Ach, ja Warum sind die Fackeln auch schon wieder aus? Weil da Leute wahrscheinlich rübergerannt sind mit E Simon? Ja Wie ist das Teil hier? Hatten wir zweimal Ja Wo ist das zweite? Überm Inventar Stellst du da hinten hin? Nein, dann kommt der Boden erst hin Einfach konnektiv nach hinten gehen, Adi Ja Ja Nö Weil du Asozial bist Nö, weil da eh was im Weg steht Aber nicht ganz intensiv Nö 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 Naja, da vielen Dank. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Wie? Die TR-Laterne hier. Ah, hübsch. Hab ich noch irgendwelche Laternen dabei? Ne, ich hab grad gar nichts vernünftiges dabei. Juuuuiuiuiui. Und dann hab ich doch hier unten noch die TR-Konsole. Was nochmal die anbringt. Ah, genau. Ich hab mal so'n Springbronnies gemacht, ne? Set Home. Oh ja, Set Home auf jeden Fall im Moment. Ah, das hab ich grad gemacht. Naja, aber danke für die Info. Ah, was hab ich noch hier? Ich hab auf Beam Home geklickt. Oh. Ab höchstens noch ewig viel Crates. Ich bin einfach in so'n original Anfang wieder, wie episch. Hm. Ich kenn die, da ist meine Flagge noch, ich kenn die mit. Ha. Seh. Ich bräuchte relativ viel Holz übrigens. Oder irgendjemand, der relativ viel Holz hat. Hm, wieviel Holz hab ich denn? 147 Logs. Also das ist ne ganze Menge, ja. Ja. Was, erst mal kurz, erst mal mein Home setten. Wie mach ich das? Äh, im Stuhl. Setzen. Achso, Moment. Ich liebe diese Türen, ich liebe diese Türen. Muss man sich nur immer wieder sagen. Ne, das ist wirklich, das meine ich echt. Ich find das cool. Äh, wieder vertan. So. Blöp. Das Ding hab ich schnell geht. Rechtsklick. Ach, ich bin auf dem falschen Planeten, oder wie? Jetzt da. Ja. Ich hab bloß bei euch mitgeflogen. Stimmt. Ah. Jetzt kommt's. Was ist echt soviel Holz? Wow. Nicht? Ich mein, klar kommen da auch Fenster rein, aber... Ich geb dir mal wirklich die ganze, ne Hälfte von den Logs hier ab. Okay. Ich hab schon auch noch Holz. Mach ein Fenster aus Glas im Hintergrund, oder? Jaaaa, boah, sonst. Es gibt auch so Wooden Shutters. Achso. Es gibt auch Holzfenster. Ja, können wir mal ausprobieren, wie die aussehen. Oder so jeweils eins machen, oder sowas. Ich mag, ich mag die Fahne von denen, von meiner Rasse nicht so wirklich. Schöööön. Ich hab auch noch ein bisschen Asphalt. Jaaaa. Ah, das ist es cool. Asphalt? Nicht Erther? Nein, Asphalt. Weißt du, Asphalt her. so machen wir hier den hügel glatt und habe ich die andere stadt darauf mach aber die stadt noch ein stück wird daneben weil dann kann ich in die mitte den springbrunnen setzen und die stadt hat ich muss in die andere richtung gucken warte ja noch ein zweiter daneben weil ja dazwischen habe ich vorher ja ja sieht richtig cool aus ich sitze das hintere gedöns noch weg darf da noch einer sitzen scheinbar naja stammt geht wirklich nur an einer seite aber cool man kann sich richtig schön den hintern anpinkeln lassen aber ich bin leider brunnen hat er nicht so hübsch wie erwartet aber er ist interessant ja und plätschert ja noch ein bisschen equipment mitgebracht wenn dafür dass es auch mit so fleischfressen pflanzen sind das ist aber nicht hübsch hier das macht du das war eine finden ja die zelzige sind eh irgendwie ein bisschen was sehr deplatziert gehst du mal weg ansonsten sammelst du es auf ich bin ja hier irgendwie der letzte der irgendwas kriegt ja mit der wichtigkeit nach fenster und wenn ja wie soll ich wurden schadders mal eins machen oder so ja mach mal hier ist ich hab aber kein glas dabei also und schadders brauchen auch glas einmal schleif schlaggegenheiten ja gut ja wir müssen das ja hier schon wie eine baustelle aussehen lassen ich habe auch kein dixi-klo hast du ein dixi-klo das war irgendwie passend gefragt das ist ein dixi-klo okay aufs dach ne ja nicht rein wäre ein bisschen dreckig dann ne ein bisschen was sehr dreckig ja das ist ein dixi-klo dixi-klo in die mitte so ich habe auch noch die hier ja die haben wir auch und ich habe noch die wurden schadders auch moment ich muss ja die fünf auswählen die lassen was weniger licht durch aber die sind auch cool juhu komm mal ich stehe da wirklich dran die lassen wenig licht durch können wir euch beide nutzen finde ich wir können einfach glasblöcke nehmen in den hintergrund das geht auch wir sehen einfach klar aus wahrscheinlich ne ja ne nicht gar ja so ein bisschen ich muss erst mal für das glas auswählen hier ist was schwierig ja ja so man sieht streifen ja streifen sehen wir bei allen ja weil überall glas dran ist ja ja ich werde mal mein glas wieder haben die shutters kannst du gerne haben wenn du willst ich glaube da sind die normalen fenster hier so mit am besten eigentlich ja dann crafte ich ja meinen ganzen schwung von beziehungsweise die sind für quasi verraten die schatten sind ziemlich ziemlich länglich hier gut geeignet denke ich mal ja immerhin nehmen wir das beste ist ja einfach ja klo die sind auch über den abflussrohren in manchen gebieten sehr lecker also in dem einen gebiet in dem ich da war war so ein teil guten tag gut tag tsch tsch gut guten tag gut tag mit tsch tot hehehe aumanta aumanta abgestellte stehen noch alles gut ja haben wir hier mal eine Kiste in die ich alle Kisten reinhau rein mach ich dann kommen dann meine ganzen Kisten auch rein Kisten und Crates auch oder? naja ich habe jetzt bloß Crates mitgenommen ich habe genug Kisten also Kisten können da auch reinkommen ganz ehrlich du musst jetzt irgendwie nicht so tun als hättest du nicht genug Kisten naja die richtigen halt nicht die müssen ja auch schon stilistisch sein und so wie die richtigen halt nicht ja normale Kisten am besten oder andersfarbige Kisten hörst du? oh du Sauberzi Sauberzi geht's noch schlimmer? ja es geht schneller um einiges mhm es gibt da so ganz berühmte Schilde auf denen irgendwie ein Wort mit ja so 200 Zeichen sind das nur aus Beschimpfungen besteht achso und dann irgendwie als bayerisch abgestempelt wird und so ja ist das nicht pretty? ja absolut 5 Zelte in der riesen Kiste und ne scheiße aus ja ich hatte auch noch ein Zelt dabei aber ich hab auch noch ein Zelt aber ich hab's jetzt nicht mitgenommen ne Kiste sind jetzt ach auch Barrel hast du mitgenommen? mhm ja ich weiß nicht warum ich brauch's nicht Boogel tot ich hab sogar ähm die richtigen Kisten dabei also wenn jemand echte Kisten will echte Kisten? boah aber kleine die großen behalte ich gar nicht willst du mal eine echte Kiste sehen? ok kom wir aktivieren sie alle jaaaaaaaaaaaaaaaa jetzt leuchte ich siehst du ein paar böse waren da jetzt dabei? jo jo ich hab was euch dazu sagen ne nee 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 achja du brauchst das Holz oder? jetzt nicht mehr Also ich habe kein Holz mehr, aber wenn wir ein Fenster reinziehen, dann... Warte mal... Klar, ich wollte jetzt noch Fenster craften, genau das habe ich gesagt, was ich tun wollte. Wenn ich das Wasser jetzt platziere... Ist es platziert? Ja, dann ist es platziert. Oh den Windows meinst du, oder? Nein! Oh... Hä? Nicht hier! Ja gut, ich gehe runter. Äh, gut. Oder ich ersauf den Typen hier. Das wäre ungünstig. Wo waren wir das... Holzgatter? Ah! Okay, das war Wasser. In der Tat. Oh, mir ist Gatter eingepackt. Kann ja weg sein. Du hast die Gatter? Ja, mhm. Jetzt hier als Haustür, ne? So, der ist jetzt ein bisschen in Wasser. Getränkt. Ja, ja, gut. Gut, eine Blasentzündung. Einer? Ich glaube, nicht nur das. Was denn noch? Ja... Weiß nicht. Hier ist ein bisschen Wasser. Alles cool, dass wir das auch platzieren können. Wollte ich glaube ich auch nicht feuchte Lunge. Ja, ne, das nicht. Alter, der Arm, ey. Das ist keine Ente, wie du vielleicht weißt. Doch, den kochen wir. Eben bist der Person mit Fledervieh. Doch, den kochen wir. Das ist eine gute Idee. Ach, bring mein Schiff von mir zurück. Brauchst du das Ding? Brauchst du das Ding? Ach, bin ich schon, oder? Ne. Okay. Go. So, ich hab ihn bis rein. Markus? Gut. Ja. Ich hab noch ein paar Wegen dabei. Ich hab noch ein paar Wegen dabei.